Eine 69-Jährige Autofahrerin wurde auf der Autobahn mit 169 kmh verwischt. Und ich wusste, ui, ich denke jetzt Corona auf zwei Beinen fährt vorbei. Romantik pur bei First Dates. Hi, wie heisst du denn? Wie geil wurde Haare, das finde ich einfach total schön. Wenn die auf dem Rücken sind, durch das Fell kämpfen. Was? Ich finde manche überstunden jetzt richtig eklig. Aber ich mag's halt. Wow. Wo kann man denn masturbieren? Und was läuft so in der Schweiz? Also meine Cousin kriegen ja bei Rosine den Vogel, kannst du sie einfach weglassen. Oder mein Kameramann, Herr Nico, bekommt mit sieben einen Vogel. Oh my god, who the hell cares? Was kann man im Moment besseres machen in diesen komischen Zeiten als ein cooles und spannendes Fenster? Ein cooler Film auf SRF. Hallo zusammen, ich bin Adam und bin Ameise. Es ist einfach, ja man hat wie nicht damit gerechnet. Und das hole ich immer unter der Woche in dem Haus, das gerade vor uns liegt. Aus meiner Sicht ist das Diebstahl am Steuerzahler und ich sehe keinen Grund, wieso. Ich bin darum auch der grosse Star von meinem Volk und alle beneiden sich von mir und sie lieben mich. Alles ist jenseits von gut und böse. Wenigstens wird bei der Sachsy-Leute-Show nicht gespart. Damit sich jede und jeder den eigenen optimale Sommer wünschen kann, haben wir heute immer einen Pocketbug mitgenommen. Es gehört irgendwie zu Zürich. Bei TVO kriegt man auch in Corona-Zeiten wenigstens noch Qualität. ...22 wieder völlig normalisiert. Ja und wir gehen zum nächsten Beitrag, weil der eben noch nicht da ist. Und das ist ein Interview mit Nicolo Paganini. Was der Präsident vom Schweizer Tourismus über die ganze Situation sagt, das erfahren Sie jetzt im Interview. Ich höre gerade von der Regie, dass auch dieser Beitrag noch nicht bereit ist. Hey, jetzt habe ich noch etwas vergessen. Jetzt muss ich es noch einmal so machen. Es ist wirklich unfassbar. Was läuft eigentlich bei unseren Trotteltauben in Deutschland? Also du magst es lieber Katzen? Ja, weil... Jetzt komm meine Muschi mal streichen. Ha-ha-ha! Ha-ha! Ha-ha-ha! Ich bin hier drauf. Ha-ha! Ich habe zwei Stimmen. Ja aber... Ha-ha-ha! Was, du hast zwei? Ha-ha! Ha-ha! Alter Schwede! Ich finde, das passt auch sehr gut zu dem, was ich suche. Wir haben einen vorbereitet. Den war jetzt kalt. Ich zeig euch, wie er aussieht. Er ist nicht hier drin. Ha-ha-ha-ha! Er ist hier drin. Aha! Aha! Ha 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 ha! Bleibt sich gesund! Und bis zum 6. Räuten! 20-21!